So, hier haben wir jetzt das Artikel, die Meeresmaler. Wir haben es dann morgens bis abends auch bis früh ganz spät in den Abend geöffnet. Man kann bei den Meeresmalern eben seine Bilder von einem ganzen Tag in den eigenen Rutschkopf, ganz egal, ob im Kleid oder im Groß, man melden sich an, man geht einfach vorbei und sagt, dann haben wir halt die Maler, also unsere Kinder, auch Zeit ist, auch Trainerfähigkeit auf die Gäste einzugehen. Also auch seit ihr euch gar nicht halt habt, mich dann angeleitet. Jetzt haben wir dann einfach auch ganz viele Tipps auf Profis, die jetzt wirklich schon vier Malen haben.